Ist es moralisch vertretbar, was Person A eben gemacht hat? Wo ist ihre Moral geblieben, als Person B so handelte? Moral, ein großes Wort mit schwerer Bedeutung. Was man im Allgemeinen unter Moral versteht, das klären wir heute. Also los geht's! Bevor du dir jetzt weitreichende Gedanken zum Thema Moral machst, solltest du natürlich wissen, was man heute im Allgemeinen unter Moral versteht. Warum heute? Ganz viel früher haben sich die Menschen auf die Kirche verlassen, die ihnen vorgab, was Richtiges und was Falsches handeln ist und welche Werte wichtig sind. Nach der Aufklärung im 18. Jahrhundert nach Christus wurde mehr und mehr der Verstand genutzt, um über Werte und das Handeln nachzudenken und zu reflektieren. Laut Duden versteht man heute unter Moral sämtliche ethisch-sittlichen Normen und Werte, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regeln, das wiederum als verbindlich akzeptiert wird. Es gibt also ein Normensystem, in dem Normen und Werte festgehalten werden, die allgemeingültig sind. Du siehst also, das sittliche und angemessene Verhalten wird durch die Moral abgebildet. Die Ethik ist ein Teilgebiet der Philosophie und ist die Lehre von der Moral. Das Wort Moral stammt vom lateinischen Morales ab und hatte zur damaligen Zeit schon die Bedeutung der Sittlichkeit, also welches Handeln als richtig erachtet und erwartet wurde. Das moralische und sittliche Handeln kann aber von Kultur zu Kultur und von Land zu Land unterschiedlich sein. In Indien gilt die linke Hand als unrein, reicht dort also niemals die linke Hand zur Begrüßung. Für zum Beispiel die Katholiken verkörpert der Papst das moralische Verhalten, was er sagt, vorgibt und vorlebt, ist moralisch korrekt. Darüber hinaus tritt Moral in vielen Wissenschaften auf, beziehungsweise in vielen Wissenschaften wird sich mit Moral beschäftigt. Das sieht man beispielsweise in der Biologie, wenn es um Gentechnik geht, aber auch in der Politik, in der Wirtschaft oder im Rechtswesen, beziehungsweise in der Rechtsphilosophie, wenn es um das richtige, moralisch vertretbare Handeln geht. Die Gesellschaftswissenschaften schauen ebenfalls auf das soziale und moralisch vertretbare Miteinander und auch in der Theologie wird über die Beziehung zwischen Religion und Moral diskutiert. Wie du also siehst, vor Moral kann sich niemand so wirklich drücken, denn sie betrifft uns alle. Mehr spannendes Ethikwissen gibt es in diesem Video und in unserer Playlist. Daumen hoch und abonnieren freut uns sehr und gerne bis bald. Mach's gut und ciao!